Ja, ein weiterer Part von Halo Combat Evolved. Diesmal spiele ich es wieder, ohne Monia diesmal. Ja, vielleicht muss ich mich noch erinnern, wie Monia das letzte Mal von hier kam. Ein paar Gegner besiegt hat, ständig von Granaten gekillt wurde, weil er es hier nie gesehen hat. Und ja, jetzt spiele ich mal wieder weiter. Ach ja, und hier ist er ja ganz gut gestorben. Jetzt versuche ich es diesmal. Jetzt habe ich es auf mich. Komm, ah, bam. Bam, ja, geschafft. Gut, den hatten wir. So, jetzt ist er, ja, tot. Jetzt ist er. Da ist noch einer. Wo kommen die noch? Augen sind noch. Nein, runter der Fall. Fress die. Ach, leider daneben. What? Oh nein, keine Moni. Mist. Ja, sei still. What? Ach so. So, tot. Dort hat es noch Leben, aber ich nehme jetzt noch nichts. Wo sind denn die? Hm? Da waren doch welche. Ach, egal. So. Bam. Bam. Schutzschild kaputt und... Ach, nicht ganz. Hup. Hup. Ah, ich werfen meine Granate. Da auch noch eine. Ja, was da noch so ein Spastik. Schildschild kaputt und... Ach, ne, ist schon tot. Wow. Da ist noch einer. So ein riesiger Kerl. Äh, Muni, Muni, Muni. Ja, ich nehme mal diese Waffe. Jawohl, ist ein bisschen komisch. Versuch's mal. Was sind denn die jetzt hin? Alle schon tot? Ja, sieht so aus. Nein, ich nehme trotzdem. Ja, die ist auch gut. Boah. Muni, Zion, Granaten, Leben. Alles, was man braucht. So. So. Was sind die müssen? Woah. So. Da ww, Muni, Muni. Oh, das ist nichts. Nein. 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 Oh, wir haben. Hallo. Spam. Miss Spam. Ja. Also ist die einfach. Woah, 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 woah. Woah, woah. so auch wieder tot oh ne oh schon tot nicht schlecht nicht schlecht was hinten noch ach auf der anderen Seite hier hallo ähm und wo ist noch wo ist noch genau wow nein ok da kommen sie wieder was hinten noch daumen wieder auf der andere ach so hier da was willst du hä 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 oh was ist denn das Unsichtbarkeit nein zweite Schild oh nein ich die schon wieder oh nein oh nein friss die man wat er hat sie zurückgespickt nein 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 das war mies nein nein lass mich lass mich lass mich in Ruhe oh mein Gott ich hab's überlebt ich hab's überlebt oh mein Gott oh uff ok ist noch jemand hier ok geschafft aber jetzt kommen wieder hoffentlich nicht so viele ich hab's überlebt ich hab's überlebt dort ist ein 90 Fahrer größer da da oh Mist Mist mein Leben ich hab's überlebt ich hab's überlebt ich hab's überlebt keine Muni hier lebt er noch ich glaub er ist tot ähm ja ich denke schon wow oh mein Gott oh mein Gott cool das war jetzt recht cool puh mein Gott was dort nein wow oh mein Gott nein so nachladen komm schon so ok wo geht's jetzt durch wahrscheinlich hier press äh und ja und schon wieder kommt nimm das nimm das jetzt weich nicht immer aus boah dann fress die nein ich glaub's nicht ach Mist jetzt jetzt bin ich gestorben oh dann nochmal so jetzt lass ich schon mal nach so jetzt kommen die dann schon sind die schon alle tot gut ich hab sie schon alle getötet gut jetzt sollte es irgendwo weiter gehen ja ist das richtig so geht's nein ich will da rein nein 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 in dem Fall geht's nicht daraus aber jedenfalls hab ich bisschen Verstärkung die mir helft sollte lieber keiner töten oder vielleicht jemand nein nein nur wenn ich sie nicht brauche dann vielleicht aber wo geht's denn jetzt hin dort auf der anderen Seite wahrscheinlich ja ich glaube hier ja genau oh nein nicht der rote so komm 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 ja ja sie sind schon tot aber ok oh BAM ach weißt du was leck mich und BAM yeah so geht das genauso ok ja ich bring jetzt einmal um ok sorry aber das ist einfach so witzig das macht einfach wirklich Spaß tut mir leid es tut mir so leid aber es macht wirklich ist wirklich noch lustig he aber jetzt sollte ich's lieber lassen die sind nämlich schon noch nützlich wow oh Christy Christy ah ach 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 ja schreit nur Mist keine Muni ich hab wieder ge Ruhe von nache wow ja nur nicht weinen checkpoint dort sind sie wieder da zu heiß zu heiß ja heiß 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 aber jetzt geht's wieder cool super 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 Bis zum nächsten Mal.